Probleme mit dem Finanzamt sind für niemanden lustig. Aber wenn die Existenz eines Unternehmens davon abhängt, wird es extrem ungemütlich. Die Eigentümerin muss noch heute ihre Steuerunterlagen einreichen, sonst ist es aus mit Dreck weg, Sendracek. Vision ist Macht, Mittwoch um 20.45 Uhr auf Anixe HD Serie. Oder schon vorab in unserer Mediathek.